Hallo Löwenfans, jetzt geht es bei der Admiral Löwen Challenge in die zweite Runde. Beim Handballdarts könnt ihr gegen mich oder gegen Andreas Palicke antreten. Andreas und ich spielen jetzt um den Score. Wenn ihr den Score übertrefft, gibt es tolle Streisen von unserem Hauptsponsor Admiral. Oh ja. Eins. 70 und 1, 71. 71 ist verschlagen. 60, 73. 9. 82. Nicht schlecht. Also 82, verschlagen. Ja, ich habe 82 Punkte vorgelegt. Und wer den Score von euch überbietet, hat den Preis von unserem Hauptsponsor mehr als verdient. Die vier besten Fans treten beim Fan-Final vor gegeneinander an und können da einen tollen Preis gewinnen. Ich kann noch nicht genau verraten, was es wird. Aber viel Erfolg und bis bald. Ciao. 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 Ciao.